Name your game Hey Leute und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play auf diesem Kanal es gibt wieder ein Story Game es steht direkt vor euch Tales from the Borderlands Es ist ein Telltale Game und wir starten gleich rein die Grafik erinnert schon an die sechs Staffeln von The Walking Dead von der Telltale Game Series die auch übrigens hier verlinkt ist eine ganze Playlist ich würde sagen wir starten erst mal ohne viel Gerede rein Episode 1 Zero Sum diese Spielserie passt sich deinen Entscheidungen an die Handlung verändert sich entsprechend in deiner Spielweise Back again to hear another story of immense fortune and unthinkable Peru Well I have some time the Borderlands of Pendura were told to contain mysterious alien treasure trofes filled with advanced technology and incredible power Vaults the people called them and to seek one out was to earn you the title of Vault Hunter at least by me You could say Handsome Jack was one such explorer though his methods could be seen as somewhat unsporting He ran the corporation Hyperion and died trying to claim Pandora as his own History's attention is fickle my friends it will remember those pirates like Handsome Jack but forget the adventurers who risk it all for less Ah obvious rewards stories legends those are much better at getting at the real spirit of things stories remember both sides of the tale Und da sind wir irgendwo im Nirgendwo Und noch eine kurze Anmerkung ich spiele das Spiel blind Ich habe keine Ahnung auch nicht von den anderen Borderlands spielen Es wird also spannend für mich zumindest und vielleicht ist das genau der Reiz hier auch zuzuschauen Jemanden zu sehen der das spielt der hier keine Ahnung hat und unvoreingenommen auf das Spiel schauen kann Das scheint unser Hauptcharakter zu sein Ist ein bisschen wilder Westen auf Zukunft Das ist Fiona? Aua Das bin ich Royce Ein Firmenangestellter Sieht so aus als würden wir verschleppt Ja komm Der hat den richtigen Humor Oh ich dachte schon in die Eier Oh ich dachte schon in die Eier Tell me about the Gordis Project Is that what this is about? Look Gordis is bad business If you want a real hot investment I am on the ground floor of some property on e Okay 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 Don't be a smartass Don't be a smartass I'm not a patient person So just start talking Just where do you start when you're getting dragged through the desert and uh From the beginning Right Right I guess it all started with a promotion See I had spent my entire career at Hyperion So I suppose that makes me one of the bad guys Das ist irgendein Hightech Unternehmen So handsome ist der gar nicht So handsome ist der gar nicht Take it it's yours Right I mean You always said that Everyone did I gotta be honest I always thought it was sorta cheesy But uh Hey here we are Das ist bei dem Weißen Unternehmen so What are you doing? What are you doing? When handsome Jack died It somehow got even worse It took some time to fit in It took some time to fit in Scratch that Our lives For the better I was a little distracted It was a big day for us Luckily Vaughn Was Concentrating on the important things What's the first thing you're gonna buy? I know what Henderson's making I do his payroll Vaughn Dein bester Freund Der Geldmann Ist das so ein Kapitalist oder was? Was Sieht eigentlich auch noch voll gut aus Für ein 10 Jahre altes Spiel Das ist Teamwork Das ist Teamwork Teamwork makes the dream work Er heisst Rhys, nicht Rhys Sieht aus wie so ein Android Oder ein transhumanes Wesen Was zu friendly Und die Wenn du mich gefragt hast Wenn du mich gefragt hast Was ist das? Da geht's Du hast mich überhaupt nicht Respektiert Perfekt Herr Henderson Have a seat Rhys I'll just be a second Nein Ich war nicht mit dir Ja Ich war jetzt mit dir Ja, aber ich wollte es in red Ich wollte es in black Schwarz ist keine Farbe Schwarz ist keine Farbe Und schreib das Auto Wenn es bereit ist Herr Vaskis Dein Ernstfeind bei Hyperion Du wirst mich überraschend sehen Und wenn ich die Situation richtig lebe Und ich bin Normalerweise bin Du bist nicht zu glücklich Über die Das alles zusammengekommen schnell Also Du hast vielleicht nicht in der Lübe Aber Es ist für die bessere At least für mich Sagen wir nichts Sagen wir nichts Du wirst mich jetzt Reportieren zu mir Und ich möchte dir wissen Die Prüfung Die du so hart zu bekommen Das ist noch Von dir Well Das ist ein Relief Weil ich dachte Das ist mehr als das Rys Es ist über Deine Zukunft Weil du ein Arschloch bist Weil du ein Arschloch bist Weil du ein Arschloch bist Weil der wunderschöne Typ Weil der wunderschöne Typ immer die Mädchen Und warum jeder Spaceship im Universum ist wie ein Kog Das ist ein Arschloch Es ist eine Arschloch Und Männer Reale Männer Männer wie ich machen ihre eigene Und du kannst eine Brühe Wenn du möchtest Keine Schmerzen Keine Schmerzen Keine Schmerzen Keine Schmerzen Aber schlechte Sachen können passieren wenn du gegen die Schmerzen Manche Männer finden sich in der Weg von anderen Deinem Du willst nicht sein Doch Wow Ich konnte nicht das besser Dramatisch zu machen Das ist Diese Promotion wird dich aus der von anderen Menschen und dich auf deinem Weg Und das, mein Freund ist weshalb ich dich Jerry Warum ist mein neue Auto in meinem noch aus August Wir gucken uns mal um Wir gucken uns mal um Die Pandora Dann auch diesen Halsabschneider Ja Vaskezi Ja das ist das das wir hatten vorher Es ist ein Tag August und ich habe diese Promotion das ist jetzt ja nichts mehr Wir scannen mal alles Ah Ist der Echo Auge Modus Kannst du Gegenstände scannen und du hast Fernzugriff auf elektronische Geräte Pandora Pandoras Potenzieller Profit wird nur noch von dem Potenzial übertroffen Jeden der einen Fuß darauf setzt innerhalb weniger Minuten zu töten Name Hugo P. Vasquez Spezies Homo Sapiens Herkunft Demophon Alter 35 Blutdruck 140 zu 90 Beliebte Aussprüche Rock'n'Roll Sichern und laden Mach doch nichts Ironisch Holographischer Computer Monitor Preis Hoch Klasse Hoch Benutzer ID Hugo Vasquez Derzeit eine verschlüsselte Datei geöffnet Herunterladen und entschlüsseln Benutze deine Handflächen Benutzeroberfläche um auf die Datei zuzugreifen Monster schleppen Die haben eine nette Sprache hier Ich werde noch eine Stunde Okay Ja, ich werde da in ein bisschen Well, dann bleiben Sie da Es ist eine Tourist-Shop, richtig? Buy ein Mug oder so Sure 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 Okay Say hi to your mother Dammit Ah, right Ah, was wir sprechen? Ja, sprich mal drüber Anderson Was a fool He didn't know his place He needed lesson number one Humility But you I respect you, Rhys That's why I'm gonna make you assistant, vice, janitor What? No, no, you, you can't I'm the boss now, Rhys I do whatever I want Report to Sewage Scout 23 Effective immediately Come, mach das I quit Careful now, kid The only way you quit, Hyperion Is the way Henderson did Oh, no You're dismissed, Rhys Ja, der ist ja auch unsympathisch Was sollte ich denn anderes machen? I'll let you know, what I need My trash can empty Arschloch Hast du etwa mitgehört? What the hell was that? He can't do this to us He just did Er kann alles tun No, no, this can't be happening I'm finished, Bill I'm finished You know what this place is There's blood in the water And everyone can smell it No, 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 they can't Not yet Unless you don't quiet down Ein Mülleimer Sicherheitsstufe Ja, jetzt bin ich der Müllbeseitiger Wer ist sie mit der lässigen Frisur? Sorry, you were saying something I interrupted you Rhys? Why are you cleaning up trash? I thought you were getting a promotion Trash duty seems like the opposite of a promotion Henderson is dead What? Are you sure? I mean, you can ask him yourself He's floating outside in space Das ist so liebevoll gemacht Superspiel Bis jetzt Die Story muss sich natürlich noch ein bisschen entfalten Hoffentlich gut Aber irgendwie Habe ich keine Ahnung Yvette, deine andere beste Freundin Anforderungs- und Mittagessen-Managerin Well, just try and lighten the mood And I didn't bring my wallet So if someone pays for me I'll tell you who's gonna pay Vasquez I don't know if he's the type too We can't let that prick get away with this We need to do something He just killed a guy Maybe it's better we lay low for a bit What? No way We get back We're gonna ruin his career How do you plan on being back? How do you plan on being back? Yeah Vasquez set up a deal on Pandora for a vault key Wow, a vault key? Uh huh And I'm sure he promised it to Hyperion That must be why he got the promotion The only thing Hyperion cares about more than money is It's vault keys It's perfect I mean Not only do we screw over Asquez We have a freaking vault key What do they worth? Like a billion dollars? More Yeah, but we need ten million dollars right now to make the deal Hold please Done I'm not gonna lie That was impressive Thanks What I do Ten million bucks is a jump change around here The time anyone notices we'll have a vault key Cool Well, looks like you boys got it all figured out I'm gonna go eat Alone Call me if you don't get killed, alright? Whoa, 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 hey, hey We need your help We need clearance Transportation You're a requisitions master Da geht's ja gleich schon zur Sache, ey Look, it's one thing stealing from a bunch of poor suckers on Pandora You're talking about stealing from Hyperion But we're friends Friends help each other steal stuff I mean, that's how it works And they decken sich vor Gericht His family still doesn't know where the body is Richter was an asshole and his family are assholes Please, Yvette You want me get stuck in the awful existence of being a janitor? Vesquez really screwed us, didn't he? Sehr gut Das war wahrscheinlich die richtige Antwort Fine But I'm still hungry No problem We've only got a couple hours Go withdraw the cash I'll get you guys clearance to Pandora Get you geared up and issue you a standard Hyperion town car What? Standard? Really? You can't spring for premium? Seat warmers Maybe a convertible or something? Sure Yeah, a convertible So, just so I got this straight You want me to get you a car to drive around Pandora That leaves you less protected? Right? Look, it just You're gonna steal something I figure... No No, don't worry I've got a car in mind I know I know What? I know What is this here? Der Totengräber. Oder was macht er da? Sniper. Sniper. Ich hoffe wir können hier auch manuell Auto fahren, aber ich befürchte nicht. Was ist das denn? So ein Wüstenhund. Oh, warum? Ich hoffe das war nicht so wie eine wirklich schlechte Person. Oh, Scheiße. Ich glaube wir... Ich glaube wir haben ihn töten. Sind wir jetzt murderers? Wir murderers. Wir murderers. Wir murderers. Was ist ein Skag? Was ist ein Skag? Was ist ein Skag? Es lebt noch. Mann, fahr wenigstens nochmal drüber. So. Was sagen wir, wenn jemand fragt, wo wir das Geld bekommen haben? Was meinst du? Ich meine, was sagen wir Menschen? Wir sollten eine Geschichte haben. Ich würde nicht sagen, dass wir sie von Hyperion stolen. Das würde nicht gut gehen. Ich denke nur, dass wir einen Plänen brauchen. Das heißt, wir brauchen für eine Charität. Was bedeutet das denn? Wir sagen, wir sagen, es ist eine Art von der Öffnung für Pandorien. Das ist eine Art von der Öffnung für eine Charität. Menschen lieben was, wenn es eine Charität ist. Es ist schwer zu fragen, wenn es eine Charität ist. Es ist schwer zu fragen. Also, das sieht nicht gut aus. Wir haben uns einen Sinn aus hier. Was hast du gesehen? Es ist Pandora. Was hast du erwartet? Ja, ich weiß. Ich glaube, ich bin jetzt nur kürzlich bewusst, dass ich für mich 10 Millionen Dollar habe. Das ist alles. In einem Umgebung, könnte ich sagen, von Backplanet-Nut-Jobs. Ich bekomme nur eine Vibe, du weißt? Bleib deine Augen öffnen. Wenn du siehst. Wenn du siehst. Wenn du siehst. Wenn du siehst. Und du siehst. Wenn 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 du siehst. Ja, ein Stick. Neut. Gott, ich kann nicht erwarten, zu sein. Du, ich, Yvette. Ich meine. Wir bringen diese Schlüssel zurück. Und sie werden uns sicher die einmal und zukünftigen Könige von diesem Ort machen. Sie werden eine Crew, um die Schlüssel zu nutzen. Und dann ist das alles? Dann ist es wieder zurück auf der Moonbeach. Ja, ja. Wir werden Champagne und alles, wenn wir mit dem Schlüssel zurückkommen. Ah, come on. Es ist in der Bag. 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 Ja, ihr seht es? Nein. Ich könnte einen von ihnen fragen. Sie sind... ... normalig? Oder normalig genug? So, wir gucken uns mal um. Mobilklo klopfen. Ob das was bringt? Da ist jemand am Kacken, alles klar. Mh, lecker, ist das ein Skagg. Kackhütte, mobile Chemietoilette, Hersteller, Dahl, Modell, 10, 9, V, E, Titan, Klasse, Wahrscheinlichkeit für Beute, merkwürdig hoch. Für ein Geschäft mit kritischer Masse, eine Toilette, titanischer Art. Örtliches Nahrungsmittel, Inhaltsstoffe, 64% Skaggfleisch, 35% anderes Fleisch, 0, 1% Rauch, Nährwert, Ergebnisse ausstehend, eingeteilter Essenstester im Krankenhaus. Naja. Atlas, Hauptindustrie, Zweige, Waffen, Rohstoffgewinnung, Auffinden von Kammern, von Handsome Jack, den Hintern vollkriegen. Ha, ich bin der Größte. Zuletzt bearbeitet von Benutzer HJack, 69, vor 342 Tagen. Alright. Let's say hello. Hi. Entschuldigung, äh, Sir, du weißt, wo die, äh, Welt der Überraschung ist? Äh. Das guckt ja so. Ja. Ja. Was sind Sie hier für? Ja. Ja. Okay. Ja. Wie viel denn dann? Lass ihn in Ruhe. Ich glaube, der lässt uns nicht so einfach ziehen. Was ist das? Ja, das war mir klar. Ja? Oh, fuck. Schutzschild oder Maschinengewehr. Maschinengewehr natürlich. Raketenwerfer. Start. Geil. Hier können wir auch noch ein bisschen kämpfen. Ich bin schon auf das Kampfsystem gespannt. Bam. Ist das Bumblebee? Bumblebee? Scheiß Bot. Ja, dann kill mal. Es ist so ein bisschen Kao, dass Stricker falsch bestellt. Bam! Du willst auch noch drankommen? Na, super. Oh shit, ein Raketenwerfer. War ich aus? Wie viel kommen da noch nach? Ich komme zum Oblivion. Scheiße. Nein. Oh fuck. Hol ihn dir. Wehr dich. Boah, fasst du die Eier. Jetzt kannst du tasern. Ein magischer Stab. Du es nochmal. Boah, ist das ein geiles Teil. Na ja, was wollt ihr machen? Come on. Scheiße. Was hat der für eine Rüstung? Sehr gut. Das hätte man nochmal draufschlagen können zur Sicherheit. Boah! Boah! Wo bist du? Rüdiger, töte und grille sie. Was hast du mit Boah? Was soll ich wissen? Du verdammt, hat uns beide ausgelöst. Jetzt stehe ruhig und sterbe. Dieser Humor hier. Dieser Humor hier. Scheiße. Der geht bald kaputt. Optimieren. Wir hacken. Ja, wir hacken. Keine Ahnung, was das soll. Waffeneffizienz. 110 Prozent. Das sieht gut aus. FATALITY Jump this off your ass! We're gonna get inside. Uh, we could. Yeah, we're dead. Uh, thanks, Lutterbott. Wait, but this is totally uncool. Why must the universe punish the good? Nein, der geht uns drauf. Ja, das war klar. Und jetzt mit dem Stab, oder was? Come on, Reese, just tell it to run. Nee, Selbstzerstörung. Das beschützt uns. Ich will name my firstborn, Lutterbott. Ein Held. Oh, you know, probably not. I, I can't believe we're alive. War doch gar nicht so schwer. I never want to see somebody's brains come out of their nose. Not ever again. That, that was the single scariest experience of my entire life. Which should probably be over by now. But it's not. For some reason. But for those guys, a lot of those guys. Look, they got what they deserve. They attacked us. Maybe next time they'll think twice before. They're not thinking anything. I told you, I saw their brains. Yeah, I heard you. Alright, let's just find this guy August. By the key. Get the hell out of here. Ugh, does every animal on this planet have to look like a giant monster? Anscheinend schon. Bullimon getötet in den Frozen Wastes. Intelligenz, Niedriggeschwindigkeit. Schnell genug, Stärke. Scheiß hoch, doppelte Armee für doppelten Spaß. Das beste Haustier, was ist das? Der Bullimon-Slogan von Horace. Splitsmith. Marketing, exotische Haustiere. Gehen weiter. Wir können hier noch nicht schneller gehen. Ich glaube, vielleicht kommt das noch. Bisschen tue ich es jetzt nicht. Wow, hier gibt es einiges. Rabiater Borok. Herkunftskontinent. Egrus. Schwachpunkt. Kehle. Stärken. Blutrünstig. Positives Wesen. Die Jagd auf Boroks sollte nicht von Kindern, älteren Menschen oder all jenen mit einem Herzschlag durchgeführt werden. Im Ernst, einfach weglaufen. Die schmecken nicht einmal. Splorkult. Der Fleischreißer. Länge 15 Meter breite, 4 Meter. Atemwiderlich. Es wird gesagt, dass man Splorkult durch gewisse Rituale mit bunten Fässern aus seinem akkratischen Schlummer wecken und zu ausgefeilten Tanzeinlagen animieren kann. Name. Professor Penumbra. Heimatstadt. Oasis. Größe 177, Gewicht 64 Kilo. Derzeitiger Status. Ausgestopft und ausgestellt. Todesursache. Stichwunde. Letzte Worte. Was hast du vor? Mich ja stechen. Das ist ekelhaft. Das ist so ein bisschen Wachsfigurenkabinett oder so, oder? Dann tun wir das. Boom? Not to be confused with his brother, Boom, was the first maid of Captain Flint. As his name subtly implies, Boom enjoyed hurling tostic explosives and making things blow up by any means necessary. Who around here doesn't? Entzündliche Granate. Status deaktiviert. Granatenschaden. 2050. Explosionsradius. 312. Zündverzögerung. 3,2. Pandoran Resident and fine dining connoisseur Shade was held in high esteem by his fellow neighbors in Oasis. Not in the least bit insane. He will be missed. I am really not into this at all. Den checken wir so noch. Ein hübsches, selbstgebautes Accessoire. Besitzer Shade, Hersteller Shade für den Mann, der sich gefallen möchte, ohne dabei auf das gewisse Je ne suis pas son d'esprit zu verzichten. Oh, I remember this guy, he's an asshole. Ah, ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Das ist ein sickes Museum. Wer macht denn sowas? Dürfte man das hier anfassen? Waffe mit Neuronenverbindung Waffenart Slack Gen ID Professor Nakayama Modifikation selbst zugefügt Ach ja, würde ein Verrückter auch einen Roboterarm mit seinem Rückgrat verbinden? Professor Nakayama, Verrückter Verrottender Arm Kontaminierung durch Fremdkörper entdeckt Analyse, Eridium, außerirdisches Mineral findet Anwendung in der Waffenforschung trotz wiederholter Versuche in dieser Richtung kein Nutzen zur Vergrößerung der Manneskraft Das ist interessant Sie ist groß Ja, das wäre mir auch recht Einmal scannen wir noch Den Hut Das Gehirn von Kommandantin Steele Zusammensetzung Kohlenstoff Nanoröhren Polymer auf Militärniveau Inhalt Ein Gehirn inklusive Verbesserung von I-N-A-C Hier ist die Tür Kann man einfach aufmachen Das war mir fast klar Sehe dich nach dem Schlüssel um Vielleicht müssen wir dann auch die andere Sicht Aktivieren Wer ist das? Shade Nicht im geringsten Wahnsinnig Wie bist du? Nicht gut Bist du auch nicht nur die die Waffenforschung der Waffenforschung die ich in der Zeit gesehen habe? Ha 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 Why are you pretending to be dead? What? Dead? No, 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 no Asleep, baby Dead That's your You're getting ahead of yourself What? What? What is this? Is this part of the Like some kind of ride or something? Since the moment we walked in It's just been one big freaky puppet show So I Thanks I'm Shade And this Is my world of curiosities Yeah Let me tell you right off the very bat I am deeply sorry That you strapping young threshers of gentlemen here Have to witness it in such sad Disrepair Time can take a toll, you know And on more things than one But unfortunately We are closed for renovations But that doesn't mean you have to leave of course No I mean we can do other things Listen, where to make a deal Alright? Find a thing Something valuable You know anything about that? I know a lot of things about a lot of things And this thing in particular You're Hyperion, right? Here for August Yeah, if you want to buy something strange and illegal Let's go Wir brauchen gar keinen Schlüssel My grandpappy He's the one who came up with this place He was a real thinker You know A real lover of animals Still is actually Because he's definitely not dead But the place itself What happened? You get stuck in traffic? Moin Wer seid ihr denn? They're usually so punctual Getting 10 million together Can't be too much trouble for you guys Oh, well, excuse me I don't know if you heard the explosions outside But, you know We had to mow down about a couple hundred bandits Just so we could ring the goddamn doorbell Just in time for the spring collection Yeah, well That's Pandora for you It ain't a friggin' bug stampede Some jerk-off is using you for rocket practice Alright, well I'll just leave you to your business things then I'm August But I figure you know that already Das ist August Der Kerl mit dem Schlüssel Wir lügen einfach Gut, dass die nix von uns halten Ja, komm Bring mir das hinter uns Okay, so Let's see the money Cash only for this deal And I hope you brought big bills Well, we got the money, don't worry Now where's the key? Zeig ihn mal I'll be a good host Wow Was denn? Was für ein Gefühl Komm jetzt Mein Gott Und dann sind wir weg Was redet die, Mann? Oh Gott, jetzt verkauft die uns den Schlüssel nicht Nothing you're saying is bad Nobody does that And especially Hyperion or monkeys Who'd rather bomb a small village Than talk things through I mean, look at that guy Look at his face What's wrong with his face? Hey, Sasha? Sasha, listen to me I... You're making a big mistake This money we're offering Is life-changing And it's right here I know you don't trust Hyperion Yeah Yeah, you think And I know you have zero reason to trust us But I'm telling you You're not like those assholes And in fact We're trying to get back at one of the worst assholes up there And we need that key to do it So please So ist es Ja Ich glaube, wir überzeugen sie Kriegt er auch noch Zweifel Nein Oh, goooood Nein Nein Was soll ich denn tun? Oh, Gott Focus on me Jetzt müssen wir ihn gewaltsam entreißen Oder was? Was ist das für eine Romanze, Alter? Ist das geil Wie ist denn das inszeniert? Als ob der das so leicht hergibt auf einmal Oder fantasieren wir Oh, mein Gott I was just about to get to my favorite part You know, where you come in And you ruin my life You no-class-scheming-pandoran scum A nice haircut, you lying Hyperion jackass It is a nice haircut Oh, shut up Stop it, stop it You're getting dirt in my eye That sucks Cause I'm trying to get it in your lying mouth Fiona Hochstaplerin Auch du All right Mission accomplished And I'm not lying, okay I'm Embellishing And how the hell was you know anyway? You weren't at the deal Of course I was, you dope I can't believe you still haven't figured that out I knew you were dense The moment I Your turn, Fiona My turn for what? Was denn Tell me your side of the deal You couldn't have asked me first You kidnapped me hours ago I guess I could have You guess? I've been baking in the sun with racks dive bombing me for the last Okay, I get it This fraud conveniently left out the most important part of this whole thing Which is Now there's something we got Yeah, go on I can't wait The vault hunter showed up It's mine Give it Stop What's your frickin problem, man? Was ist das? Xbox logo oder was? Oh nein Wait, 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 wait How is that the most important thing? Did you forget the part about it all being your fault? Come on, that was not my fault Not all of it Are you making a face under there? I can't tell what you're thinking if Okay, fine But let me start at the beginning I was born here On Pandora In a city cast in shadow known as Hollow Point It's in a cave Anyway For a long time It was just me and my sister Just a couple of kids Stealing what we could to survive Until we met Felix We tried to nab his wallet Not only did he stop us He showed us how to do it better We've been working together ever since This is taking too long She's waiting This latest scam was our biggest yet The one that would set us up for life That sounds familiar What can I say? A lot of these stories start out the same way Fiona relax There's nothing to be nervous about Felix oder Felix hat dich aufgezogen Zu einem kriminellen Leben There That looks good If August's offense worth is cut He'll be selling into some Hyperion stooge It should be good enough to fool one of them Not too many people have seen a Vault-Key Real or otherwise The paint may still be wet Be sure not to let anyone touch it There are only a couple spots to worry about But it's best not to risk it Keep them from touching it Warum denn? How do you expect me to do that? I don't know But you'll think of something You always do Hey You're a pro This is what you do Your sister may have brought in the mark But you're the one that'll close the deal By playing whatever role you need To get the job done She introduces you as a tiny psycho You'll squat down and scream about poop trains Okay That first introduction is who you are You two have to work together Yeah, we give him that word ma Der will ja nichts anderes hören You want to hear it out loud sometimes Showtime Fiona When she gives you your role You play it as best you can The deal came together much faster than I'm comfortable with But it's worth the risk So it's best to take precautions against the unforeseen The purple skag is not the type of place you walk into without a backup plan So you want me to shoot my way out? Might need a bigger gun It's only for an emergency One bullet That's right You'll always be able to talk your way out of more situations than you can shoot your way out of Die Grafik ist eigentlich auch ziemlich nice für das Alter Also 2014 Kann man echt nichts sagen Emergency only Got it Triff deine Schwester im Purple Skag Was wird da drüben sein, ne? Kranker Mann Alles raus, was keine Miete zahlt Beutekiste? Aha Da ist Kopfgeld auf uns ausgesetzt Das gucke ich mir an Und ich reiße es ganz weg Kann man uns nicht mehr verfolgen Graffiti Was ist das für einer? Oh shit Kleine Psychos Geld, oder? Was ist das? Klar nehmen wir das Der braucht es ja nicht mehr Sorry Girls gotta eat Oh, fette Kohle Sehr nice Digga, lass mich rein Wow, man Gibt es hier keine Zebrastreifen, oder was? Das war's schon Türsteher Boah, hat der Ohren, ey Ich bin VIP Taktor Hordunk Gut in Gewalt Ja klar, siehst du doch Ach Oh Gott Also deswegen bin ich ja VIP Er kann nicht lesen Das ist die VIP-Liste Und ich bin auf Sie haben wahrscheinlich ein Bild, um es leichter zu machen Das ist eine kurze Liste Ich bin so wichtig Ich weiß, ich weiß Aus der Weg, Taktor Sie ist die VIP-Liste, die wir warten Perfekt Sascha Kleine Schwester Komplizin Kein Problem Ja, das Bild will ich jetzt nicht runterreißen Das macht dich erst recht verdächtig Aha Die haben alle so Riesenohren Dann sprechen wir mit dir August ist mit jemandem, also wir haben einen Moment Er hat ein paar Verhältnisse Er immer fragt sich über dich Also ich werde dir alles, was ich ihm gesagt habe Es ist viel Also hier ist ein Setup Du bist Lydia Strauss Wir sind alten Freunde Du bist ein Archeologer Das hat die Vault-Key von einem Digg-Site auf Eden 6 Aber du bist aus Eden 5 Du hast mich Und wir haben uns bei Pyropeats Just nach Mercenaries Day zu sprechen über den Deal Dann habe ich dich mit August Das kann sich ja keiner merken Nö Oh nein Jetzt werden wir ausgefragt Oder was I've known your family A real long time August That's right Which is why This is all gonna work out You say hi to the missus Okay Will do August Buddy Doctor Yeah, boss Make sure Tommy gets home Thanks again August Hey August Was geht ab Was geht ab Ah, mir richtig gemacht Was macht er denn Was geht ab Please, please, please Please, I'll pay I'll pay I'll pay I'll pay I'll pay You are Alta The little bastard Had a molly one shield on Shocked me real good Sorry about the mess, boss Won't happen again Well, that was exciting Hon, bring us over a couple drinks Then start mopping up that blood I don't wanna have to get the floors redone Sure thing, babe Let's get to business Skip out on his tab Yep, something like that Sasha, make mine a double Whatever it is Coming right up? Hope the gunplay didn't set your nerves off Nope, I just like to drink Wir machen einen auf Tuff Scheiße Bitte, it's misstrauisch Man, da muss man sich Sachen merken Was sagt man dazu? Scheiße Scheiße Well, I'm sold I'll call Vasquez and get this going Vasquez, it's August Are you buying this ball key or what? Cause I... Hey, wait, do you have me on speaker? Seriously? No, look I don't even know what obstinate means, man What I know is I gotta move this thing right now I know what obstinate means These Hyperian guys get uncomfortable around people that sound too competent Expect a nervous small-time Pandoran fuck So I give them what they want No, man, this thing is hot I got a office, so if you want it, you gotta get down here No, we'll be there soon That ain't good enough, buddy boy I ain't that guy I'm trying to do you a solid here So why don't we just steal the money from these Hyperian guys and keep the key? Vault hunting is a dangerous business There aren't too many people interested in keys that are willing to pay Better to get the quick money Haha, that makes sense In and out Haha, that's good, right? Rein und raus That's right We'll be waiting for you Yeah? You say hi to your... He hung up Alright Sasha will hold the key Since it's clear you don't trust me alone with it And seeing as I just had a guy killed in front of you I'm not even offended Bring your gun, babe Got it So that's it? She'll let you know when it's done Where to get your money Let's go We'll follow in the caravan We're in position Let us know when they arrive Hey, August, you got a little something on your face Come here, let me get that for you Oh, thanks, huh? I can't believe you let him touch the key No touch That's what you said It worked out in the end This time Luckily The look on your face When he smeared it on his cheek That's not funny Still is, actually Because he's definitely not dead Alright We're on What happened? Is, uh Is Vazquez coming? There are two guys here But neither of them are Vazquez He may have sent some blackies Didn't want to get his hands dirty Yeah, genau Jetzt geb den Schlüssel Oh, damn it One of them has an echo eye implant If he scans the key He'll know it's a fake Ach so They're still talking But there's no way They're not gonna scan it Unless they're complete morons Felix, what do we do? Hold on a sec There's a small EMP device In the chest over there Grab it for me While I assemble a detonator Was hat der hier? Ah ja, klar Perfekt Einmal probiert Einmal geschafft The shaft That should be enough To scramble his system But you need it Close to the key Sasha, on my signal You need to get the case Over to the vent Behind you How the hell do I do that? I don't know Figure it out There's a ventilation shaft In the back That'll give you access Once you're in I'll talk you through Stay in the shadows The walls are paper thin Don't be seen Don't be heard Go, hurry I can see We don't have long How do I get inside? There should be an end That leads to the room They're in Find it That's where you'll take your position Right On it Let's go Find it in the lofts Ach, yeah Wahrscheinlich Hinter diesem Scheiß Oder hier We got this Wir gucken das Trotzdem noch an Ein bisschen Geld Kann man immer gut gebrauchen Wow 75 Hier ist nix Schieben wir direkt Drunter Wir probieren's Rein da Oh yeah Oh shit Oh my god Er freut mich auch Ja, dann lass mal es Gehen Out of there I need to get through I gotta go We were having such a nice chat You ever see anything so pretty In your miserable lives? Fiona Are you in place yet? Almost there So where are we going? Shh Go away You're looking for that girl Right? With the hair I know the best spot to peak Without getting caught Let me come with you It's been a long time since I had any friends Komm, wir geben ihm eine Chance Bewege dich ans Ende des Luftschachts Ich seh doch nix Seh doch nix Oh yes sir Oh no sir Oh I have the money we agreed upon right here Nothing I mean Look at that guy Look at his Okay, I'm here Good Sasha is waiting near the end of the vid Get the EMP onto the case Sehen wir Machen wir Und jetzt sind wir wieder in der Gegenwart Sasha If you see him trying to scan the key Give us a signal Fiona When you hear the signal Activate the EMP Got it Now I made up my mind August, wait Breeze This is your department Do something Ha, tut nix What Come on, man Mach den Scan Jetzt geht das scheiß Ding in die Luft, oder? Oh no Was ist passiert? Wer hat die Klicke Er hat die Klicke? Was bedeutet er hat die Klicke? Eine Hilfe? Es ist fein Ja, Schlöcher Ihr habt uns verarscht Bossa Nova Musiker Motorradfahrer Mörder Zero Eine Nummer größer als du Fuck Ich glaub, der wird schiebricht Zubis Nein Nein Alter, was für ein Ninja ist das denn, ey Ich will dich kapieren Lauft Rauchgas Rauchgas Komm schon Spam Oh nein Jetzt gibt's ne Konfrontation Jetzt gibt's ne Konfrontation Wow Wir tun's nicht Ich seh nix passiert Ja Ja Fuck Mach zu Geiles Wohnmobil Hätte ich auch gern so eins So ein Trike Wohnmobil Glaubst du wirklich? Glaubst du dich? Was was you do with them, huh? I mean, other than try to con us out of our money. You weren't even supposed to be there. Well, that didn't stop you, did it? At least the money was real. All right, all right, I get it. You didn't trust each other. As it turned out, we had good reason not to. I'll give Sasha this much. From the start, she knew not to trust them. I just thought she was being paranoid. Enough. What happened next? Yeah, yeah. Tell the nice man what you did to us next. You know, in our time of need. Tell him what you did then. We tried to throw them out. We should just shoot them first. Save the bullet. The fall will definitely kill them. Stop it with the embellishments. What really happened? No, actually, that's exactly how it went down. That's got to be a good idea. Oh. Okay. Continue. Wait. You don't want to do this. He's just stalling. This is a waste of time. We can find the money. What? The case has a tracker. I can follow it. Yeah, kill it. Let him back in, Sasha. Perfect. Geld regiert die Welt. Get the case into my hands and I can open it. Hey, if you say so. But getting the case is the hard part. All right, Hyperion. Prove it. Find the money. Just let me call some of my people and, uh... Oh, call the vet. Yeah, Von. I know. You want to call more Hyperion after us? Calm down, Sasha. Let's see what they can do. Thank you. And then kill them if they betray us. Alter. Die finden den Koffer eh nicht. What the hell is going on down there? You were supposed to do the deal. Then come right back. People are looking for you now. Hi. Don't say hi. Did you just call to stare at me? Because I'm kind of busy here trying to take care of the enormous mess you created. Vasquez was already pissed enough about the car. That was before he got the call from this August guy. You two have been blacklisted up here. And it's only gonna get worse, the more Vasquez keeps yelling. Unbelievable. Can't you do anything? Not without implicating all three of us. I already had security asking me everything I know. Can't you just get on the network and track the money? You lost the money too? Ja, was heißt verloren? Wann hat es uns Interessen? Verloren, ey. I think it's my best up here to keep any extra heat off you, but you have to find somebody else. There's only so much I can do. I shouldn't be talking to you this long. They'll trace the signal. Total worry. I'm sure I can come up with something. I've got to go, Reese. You're going to have to fix this one yourself. How are we supposed to get an ID from another employee? We're not allowed to talk to other employees. So, you've got nothing. Out you go. Hang on, hang on, hang on. Can't you, I don't know, install someone else's credentials? I think we're the only two Hyperion guys left on the planet. Ah, I still have Nakayama's ID drive. Yeah, genau. Backups projects like that have to be higher security clearance than us. Look, just give up the act, Hyperion. You're just trying to stall us and we're not buying it. What? No, with this, I'm going to be able to take us straight to the money. It works. You can keep wandering around the desert or you can look at me and learn how it's done. I'm very disappointed in you. Did you think you could follow in my footsteps? You are nothing more than another pitiful little coat monkey. All swagger, no substance. Oh, I guess Vaughn got the tracker working. Vaughn? Where did everybody go? We're looking around. Who knows what kind of Skeletons that old man's keeping in here? Hm. Wir können danach auch noch die Spezial-Sicht machen. Not too shabby. In that crazy Pandora kind of way. Wow. I guess these three have been together for a long time. Na, lass mal so. Besuchen Sie das schöne Dionysus. Gedruckt von Tourismusbehörde von Dionysus. Dieses Poster ist häufig an den Schlafzimmerwänden von Möchtigern, Dichtern und Komponisten zu finden. Das schöne Dionysus ist ein Ziel, das viele wanderlustige Pandorianer gerne einmal besuchen möchten. Foto. Foto. Chemische Analyse. Gedruckt auf selbst entwickelndem Film. Verfall deutet an, dass das Bild vor etwa 15 Jahren aufgenommen wurde. Bild wurde auf minderwertigem Dahl-Film aufgenommen. Bei einem Hyperion Insta-Film wäre der Verfall bei weitem nicht so weit fortgeschritten. Jacke. Hersteller. Örtlicher Hersteller. Analyse nicht schlüssig. Kleidungszusammenstellung. 72% Rackleder. 22% Malibarn. Plastil. 6% Klebeband. Kleidungsanalyse. Naja. Siehe Hinterland und Mode von Pandora. Ein Leitfaden für den Laienpionier. Holopoint Radio. Frequenz unbekannt. Moderator unbekannt. Zweck. Anti-Hyperion Propaganda? Hyperion hat bisher noch keine bestätigten Informationen über Holopoint Radio einholen können. Aber das Management hat beschlossen, dass sie es nicht mögen. Selbstgebauter Privatsphärenschild. Kapazität. 1058. Ladegeschwindigkeit. 102. Ladeverzögerung. 129. Die spanische Wand ist zwar ineffektiv gegen Elementar und normale Angriffe, verbietet aber Immunität gegen das sichtbare Farbspektrum. Ja und jetzt? Was suchen wir denn eigentlich? Was ist das? Fun. Impressiv. Wir sind Kon-Artisten. Das hatten wir alles schon. Das noch nicht. Holopoint Radio. Doch, das hatten wir auch. Irgendwas muss mir in der Schnelle entgangen sein. Ich kann ja auch noch weiter. Hi. Geh mal zu deinen Friends. Was tobt hier denn? Ein Rennen oder was? Ich bin ein alter Sabara. Ja, so okay, wie man jetzt sein kann. Ja, komm. Ja, ich bin gut. Was ist da hinten? Keine Idee. Ich habe einfach... Blacked out. All your... Cybernetics... Still seem to be working. So far as I can tell. So... The case is in... Fair? Somewhere. Wow. What is that place? Looks like... Some kind of... Abandoned... Atlas warehouse. Doesn't look abandoned to me. Looks more like every Bandit on this side of the planet has shown up. How about it, Mr. Roboto? Do you see any way to get inside? Reese, that's Atlas Tech. You should be able to scan it. Was ist das? Was ist das? Grabungskran, Hersteller Atlas. Abteilung für Kräne, Züge und Automobile. Modell Hades, Ausgrabungsarm. Erweiterte Garantie, nein. Als Atlas Pandora verlassen hat, haben sie hunderte Minenfahrzeuge in Kräne wie diesen zurückgelassen. Verdammte Umweltverschmutzer. Sitze 4, Vorteile, langlebig, tödlich, Nachteile, eingeschränkte Bewegungsfreiheit, Bewaffnung, Maschinengewehr montiert an der Front, modulares Geschützturmsystem, der Technical ist eines der beliebtesten Fahrzeuge auf Pandora und eine tolle Art Hallo Welt, ich werde dich töten zu sagen. Können wir ja mega viel scannen. Hier ist noch was kleines. Ah, das ist hier dieser Ninja, der Kammerjäger. Und dann erledige das. Der hat eine coole Gangart. Ja, dann müssen wir die Bewacher ausschalten. Wir haben bereits zu viel risiko, heute. Du bist nicht mitgekommen? Niemand muss bleiben und schützen die Getaway-Karte. Ich werde dich warten, für deine Signale. Und Fiona, Sascha, fass dich auf. Nicht in niemanden. Wir schlagen uns einfach durch. Seit wann überlegt man das im Vorfeld? Da geht man einfach mal rein und guckt. Das ist cool, wie das erzählerisch trotzdem so auf Action basiert. Und dann haben wir ihn. Okay, es hat doch nicht so geklappt. Da machen wir es jetzt nochmal. Wo seid ihr denn geblieben? Ah, die sind schon dort. Wie der so keinen Stress hat, ne? Eigentlich heißt es ja Ladies First. Ich würde sagen, dass du einfach alles, was ich gesagt habe. Also, du weißt, gut geht's. Fiona? Oww! Was the hell are you doing? I got this, okay? Just... Gimme a second. Fiona? Fiona? What the hell are you doing? Open up please. It's pitch black in here. But you chill out. You were hoping this would happen. You wanted to separate us so you could pick us off. Hyperians! We are not Hyperion. I can't believe that I trust that someone is Hyperion. We should never let you come with us. Keep moving. You're not running the show. You have a better idea than... Oh shit. What would you like to do? We should keep moving. You walk in front of me. You could just give me the Waffe. Why am I here so a human shield? Come in Vaughn. Damn it. The money is on the move. It's close. We have to hurry. Wait. You're going to hold... ... ... ... ... ... Wir sind zu viele. Wir können immer noch ballern, wenn man uns erwischt. Aber das fällt doch auf. Ich nehme die auf der Seite, aber du kriegst die auf der Seite. Oh, du denkst du kannst das? Ja. Ich weiß, dass die Hyperion Leute nicht so gut sind. Uh, ja, kein Problem. Du bist ziemlich überzeugt. Du hast das alles gesehen. Ich habe das alles gesehen. Also, du sagst, dass das nicht ein Problem sein wird? Ja. Gut. Gut. Komm schon. Schleiche dich näher an den Banditen ran. Gut gemacht. Jetzt Copy-Paste. Ich komme überhaupt nicht klar. Ja, bitte. Ja, bitte. Warte mal. Oh nein. Das ist mein Teil. Oh nein. Ich habe dich. Ich bin zurück, Mann. Wow, schön gemacht. Ich habe das nicht. Ich brauche das jetzt. Uh, lass mich einfach... ... das für dich... ... das für dich. ... das für dich. Was sind wir denn hier gelandet? Oh, B.S. Oh, B.S. Probier's. Ja, was? Das ist schuld. Ich bin eigentlich auf eurer Seite, nur merkt sie das noch nicht. Das ist eine größte Blutthirsty, Brutal, Soul-Crushing, Love-Defying Corporation in der ganzen Welt. Ist es Spaß? Ist es etwas, was du magst? Ja, mach jetzt mal was. Zeig's ihr. Ja, so cringe musst du nicht sein. Ich glaube, das wird noch eine Liebesgeschichte. Ja, da hat er recht. Danke. Oh, look at us. We're, like, best friends now. Hm. Not quite. Oh, ist das nett. Was ich denn tun? Chancen. Chancen. Ja, da haben wir die Geister geweckt. Ja, wir nehmen das. Das ist schon wieder falsch, oder? Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ah, wir haben's. Fahr da die weg, man. Oben, 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 oben. Du kannst doch reden, man. Oh, scheiße. Wow, dankeschön. Der Ninja. Wir fragen mal blöd. Was ist es für dich? Willst du dich schliessen? Ja, natürlich. Wir werden dir wissen. Was machst du hier? Was machst du hier? Okay. Uh. Du solltest nicht wirklich eine Frage stellen mit einer Frage stellen. Ich weiß bereits was ich hier. Really? Und was wäre das? Wow. Okay. Das... Aggressive. Sorta caught mich aufgarten. Uh. Oh, don't be shy. I prepped the cars for the drivers. See, das war nicht so schwer, war es? Prepping cars, huh? Sounds pretty interesting. So, Oh. You guys drivers or what? Sorry, I realized this is rude, but I really don't like your face. No, I get that a lot. Now, one bit. You just always look like you stepped in something. That's just my resting. Are drivers really what? Really? What do you think? The big race. Are you messed with me? I can't tell. Let's start over. If you're not official drivers. Well, I'm pretty sure I'm supposed to shoot you in the face. Yeah, then do it too. Hey, hey, hey. You're not afraid of that. It's just a misunderstanding. Weird drivers. Really? Huh. You look like any driver drivers. Then I guess you ain't seen enough. Well, that's very presumptuous. This ain't exactly my first race. Then quit acting like it and get our ride. Oh, hey. I got something that might interest you. And if you're racing, you should look at the part. But I can get away from the green, but you want to look like a team. Grün. Is aber auch geil. Komm. Die goldene Mitte. Dann haben wir noch ein bisschen Kohle über. Was ist das? You didn't get these from me. Now get going. The riders waiting. Oh. 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 Ich könnte jetzt auf einer schönen Stasi-Spielstasien tabulieren, die Kolumne mit schönen Zahlen. Meine Maske riecht weird. Deine Maske riecht weird? Ja. Schau, das wichtigste ist, dass wir im Inneren, und weg von diesen... ...Bandets. Zumindest, sie sind preoccupiert. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Was haben wir uns selbst in das hier? Psychos? Motorchariot-Tinghies? Sponsoren? Tja, wir machen mal Spaß. Ja, sportlich sieht er nicht aus. Race will begin! Ah! What an Ass. Race will begin! In 30 Minuten! 30 Minuten! Until Race time! Are you kidding me with this? Was? Guns! Guns! More guns! Fiona! What do we do? I'm getting so sick of having guns pointed at me. We have to find that case. We just don't have a plan for how we do that yet. Yeah. That's what's upsetting me. We find them first, then we can try and figure out where the money is. And owing to today's earlier happenings, the crack prize for tonight's race is a one-of-a-kind Iberian! Iberian! Is the ready box! No one's been able to open it, but you know you want it! Iberian! So, I guess we win the race and they just give us the money. You make it sound simple. It is! Simple. Ish. Calm down! It's in the bag. If we win this race, we get the case. If! The deal of a lifetime is really only worth it if your remaining lifetime is more than 24 hours. Ich glaube, das hat ihn jetzt motiviert. Ja, dieses Jahr am Schluss klang nicht super überzeugend, aber okay. In der Lotterie gewonnen. Jetzt kommen, wir machen das Rennen. Kopfnuss geben. Perfekt. Das ist so ein Vakamera-Humor hier, das ist gut. Let's go. Das ist mir scheißegal, ich will gewinnen. Okay, ich will admit, das sieht ziemlich gefährlich. Ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme. Das ist gut, wir sind okay. Und jetzt, Maniacs, Degenerates und Scumdolls. Es ist Zeit für ein Jahr, wägen für die Wunschung der Motorrad-Kill-Tacular-Amen, die Mörder-Sellung. Also known as that big cherry-faced thing where everyone dies. Ja, no, ich wirklich nicht liebe es. Wer ist der letzte Morf-Roll, still screaming at mir? Ich bin ja, ich bin ja, mein Bude. Er muss ja, wenn er was Geld will. Ich werde dich in die Hände schreien. Ich werde dich in die Hände schreien. Ich werde dich in die Hände schreien. Okay, los geht's, los geht's! Bang! Achtung! Gut gemacht. Da ist er ja. Aber er wird beschützt. Ja, aber schnell! Oh nein! Was will dieser Heißabschneider? Ja, leider. Und ich mache das schnell. Ich weiß, was die Valkyrie. Okay. Ich weiß. Jetzt haben wir dieses Klub. Das sind viele Heißabschneider. Säger dich aus der Valkyrie. Schau. Kein anderen hier in diesem Fall muss wissen, ob das kleine Valkyrie. Okay? Du bringest du dir die Geld und... Ich erzähle dir. Ich werde dir dein altes Job zurück. Er ist für den Janitor, der Respektive Janitor. Wir müssen nur das ganze Sache auf deinem Freund, Mann, okay? Ich meine, es ist seine Idee, die mit dem Account. Und warum würde ich das tun? Weil ein Telefonkampfer von mir und du in der Kirche. Hey, look, ich admit, du schrubst mich. Du wirklich. Cool, das Ries, cool, das. Hyperion will mit meinem Dick in a Slay. Get your cybernetic rear up here with the money and I'll support it with your 50-50. You scratch my nuts, I scratch your. Nee, das machen wir nicht, der verarscht uns. Haha, ja. Nein, ich bin Red Pin, wenn ihr wisst, was das heißt. Let's go, du Arschloch. Sascha hat deine Loyalität bemerkt. Scheiße, vor lauter Lesen habe ich das Quicktime-Event verkackt. Aber vielleicht können wir es wieder gut machen. Komm, zieh raus. So halb. Oh, scheiße. Das ist eigentlich gut. Der implodiert jetzt. Voll ins leere Lauf lassen. Zero. Sei unser Hero. Geil. Das Ding steht da einfach so auf. Jetzt komm, du kannst das. Wow, Schlitzer. Wie hieb der Darby übers Gesicht hält. Lecker. Danke für dein Schwert. Jetzt wird er den Koffer nehmen, oder? Holy Moly. Ja, wie kann man so lacken? Was wollt ihr von mir? Fiona, komm. Beschützt das Teil. Einen sind wir losgeworden. Den zweiten auch. Wo ist es nochmal? Der Koffer ist ja immer noch bei uns. Wo denn? Achso, okay. Dann spring mal rüber. Scheiße. Scheiße. Komm, hol ihn. Oh mein Gott. Was ist das für eine Waffe? Wir brauchen eh nur einen, der lenkt. Sind wir schneller? Haben wir weniger Gewicht? Oder doch nicht? Weil einer rüberkommt. Gut gemacht, Fiona. Hol ihn. Scheiße. Wir müssen drüber. Die haben so Räderzerstecher. Ach nee. Spring. Oh mein Gott. Wehrlich. Der Hut ist auch weg. Dankeschön. Ja, hier ist auch noch eine schöne Waffe. Nein. Ich springe einfach rüber. Gut. Das Motorrad ist schon mal futsch. Oh Gott, sie kommen alle. Drei gegen eine. Der lacht nur blöd. Da hat er sich jetzt selber runtergestoßen, ne? Können wir das Ding auch mal stoppen, dieses Karussell? Das macht einen ja ganz kirre. Ich werde dich töten, bis du stirbst. Was ist das für ein Board von dir? Jetzt. Oh, Zero auch hier. Boah, das war ein Sprung. Der Koffer. Opa. Opa ist ein guter Catcher. Rüber. Perfekt. Und rein in die gute Stube. Sagen wir nix. Warten wir auf ihn. Hyperion. Was bist du für ein alter Drecksack. Ist das dein Ernst? Müssen wir den auch noch ausschalten? Die alten Kahn-Männer sind ziemlich rare. Looking at ihn right then, ich dachte, ich verstehe ihn. Vielleicht für den ersten Mal in meinem ganzen Leben. Es hat mich nicht verholtet, dass ich mich verletzt bin. Ich hoffe, dass du einen Tag ein Tag verstehen kannst. Vielleicht, du hast es in dein Herz, um ihn zu verabschieden. Felix? Felix! Holy Da sind wir verletzt und zurückgelassen Er steckt fest Schon mal gut, komm Fiona mach was Nein Ich hätte dieses schwarze Ding ausnehmen sollen Ich habe wirklich gesagt, ich habe gesagt, ich habe dich nicht vertraut, jemanden, jemanden. Das ist der einzige Weg, um zu verstehen. Felix, nicht das tun. Wir sind eine Familie. Wir sind eine Familie, Fiona. Das wird niemals verändern. Felix! Be sure to take care of your sister. Keep her out of trouble. Wir haben doch Bescheid gesagt. Gut gemacht. Ja, warum sollte sie hier auch Erbarmen zeigen? Man, der hat so zwei Arsch von hinten bis vorn. Aber Geld ist auch da. Als könnt ihr es aufsammeln. Bossa nova. On zero. Das ist ein Emoji. Sieht ein bisschen aus wie Iron Man. Uff. 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 Du? Programm gelöscht. Der kann sich einfach wieder so regenerieren. Das gibt's doch nicht. Wie kann man den ausschalten? Bossa nova ist tot. Ich glaube nicht, dass er liebte. Gordis ist nicht hier. Erzähl ich mal dein Gesicht. Nicht schweißen, Baby. Das ist ein letzter Banditlord, den wir uns übernommen müssen. Es gibt viel Zeit, um später zu schweißen. Wenn du mir zurückkommst, um deine Rewarden zurückzukommen. Meine Rewarden ist nicht fertig. Meine Rewarden für dich wird lang, hart und körperlich sein. Gordis bleibt aus der Anlage. Es ist ein Reketlauncher? Ja. Innuendo. Sascha, was passiert mit Felix? Stop! Okay? Ich will nicht darüber sprechen. Was passiert jetzt? Der Freund Felix versucht, das Geld für sich selbst zu holen. Er wurde in der Explosion getötet. So, wir haben keine Geld, keine Vault-Key, nichts. Es ist vorbei. Ich meine, was wir jetzt machen? Check die Böden. Take alles wertvolle. Es ist nicht so, dass es 10 Millionen Dollar wird... Du hast keine besseren Ideen? Du kamst zu Pandora. Jetzt kannst du leben, wie wir machen. Warte, um die stärkere Menschen zu töten, um sich zu töten und dann ihre Sachen zu nehmen. Der wirkt sehr nachdenklich. Na gut. Tediore-Schild. Das könnte von Nutzen sein, oder? Pack's mal ein. Besser als nix. Besser als nix. Wow. Ah, kommst du auch mal helfen? Wow, geil. Shit. Wo bin ich denn jetzt? Ja, genau. Ja, wollt ihr mich hier sterben lassen, einfach so, oder was? Guck dich mal um, mein Lieber. Das ist ein Serverraum, glaube ich. Ah, jetzt auf einmal geht's doch. Das hat er sich auch gedacht, ne? Schöner Bauchnabel. Oh, ja. Krasse Waffe. Die Atlas Silver. Ich glaube, die geht richtig ab. Oh, hey. A Retro Atlassio. Ich dachte, diese Sachen waren nur ein Rumer. Schau, 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 schau. Es gibt Zeit, und es ist ein Calculator. Gib mir ein Math-Prob. Gib mir ein Math-Prob. Ist es wert, viel Geld? Sort of. Ich meine, ja, es ist nicht 10 Millionen Dollar wert, aber... Oh Mann, für die richtige Leute. Atlas-Tech und Mint-Conditionen wie dieses ist wert ein helles viel für die collectors. Einige Hyperion-Execs kaufen es, nur um es auf ihre Trophäe-Shelven und gloat. Und un-released Prototypen wie das. Ich meine, wer weiß, was das ist? All right, Sascha. Let's grab what we can and get out of here. Quickly. No telling when those bandits will be back. We better do the same, Reese. Would you like to do the honors? It's the last one. It's only right for us both to reveal it. Maybe that's the best part. Yeah, I was kind of hoping you'd say that. Sonst kann ich hier nichts anderes machen. All right. Wir müssen es tun. Oh je, was passiert jetzt? Atlas. Let's... Reset. Identification required. So... Is it just me or does that look... Incredibly valuable? Yeah. And there's two of them, so I don't have to stab you. Yeah, I suppose. I call the bigger half. To us. And... Verbinden. Jetzt. Sofort. Ja, wir werden es gleich erfahren. Kernfusion. Hei Vaughn. Can you see if there's a Fobar lying around? We're gonna just try to pry these apart before we do. Okay. Oh. Okay. Und er denkt, sie ist intelligent, ne? Ja, dann lass uns dort hingehen. Das nächste Mal, bei Tales from the Borderlands. Es wird noch richtig spannend, das Game. Abenteuerlich ist es schon mal. Die chinesische Glückskatze. Und liebe Leute, das war's mit dem ersten Teil Episode 1 von Tales from the Borderlands. Mit allen sechs Chaptern. Und nächstes Mal spielen wir selbstverständlich Episode 2. Ihr könnt euch wieder freuen auf eine Folge ohne Unterbrechung in voller Spielfilmlänge. Und ich freue mich auf die nächsten Abenteuer mit euch. In der Zwischenzeit viel Spaß mit euren eigenen Games. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.